Daniel Sauer, jetzt ist es endlich soweit der Termin steht. 30. Mai wird die Liga fortgesetzt werden, was ihr ja auch immer gefordert habt, dass zu Ende gespielt wird. Von daher gute Nachrichten. Ja, ich denke es war einfach wichtig, dass da jetzt Klarheit drin ist, dass da einfach auch eine Entscheidung getroffen wurde in diesem Sinne und von daher war es immer so, dass wir uns auf den Ende Mai als möglichen Restart vorbereitet haben, haben unsere Ausaufgaben im sportlichen und organisatorischen Bereich abgearbeitet. Von daher ist natürlich die Vorfreude bei uns jetzt groß, dass es endlich wieder losgeht, dass wir hier als Verein auch ein Stück wieder zur Normalität zurückkehren können. Es dreht sich hier alles um das Fußballspiel und dass die jetzt wieder beginnen, ist natürlich freut uns das sehr. Trotzdem sind es natürlich Spiele, die jetzt unter besonderen Umständen stattfinden werden, auch in der Vorbereitung schon. Wie sieht denn jetzt zum Beispiel die kommende Woche bis zum Spiel am Samstag in einer Woche in Meppen dann aus? Quarantänetechnisch, Hotelträchnisch, Trainingslagermäßig? Ja, also diese Diskussionen um ein Gesundheitsrisiko, die sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil es ist natürlich schon so, dass die Jungs schon in der Quarantäne sind jetzt im Hotel und auch danach sich fast wie so einen kleinen Lockdown noch mal bewegen. Von daher ist es eher mental etwas, wo man sich darauf einstellen muss. Das ist aber so, dass die Freude da einfach überwiegt, endlich wieder kicken zu dürfen. Und von daher werden wir am Sonntag dann ins Hotel einziehen. Da ist wirklich jeglicher Außenkontakt untersagt. Und von daher wird es wie so eine Art Trainingslager dann nochmal sein. Ein drittes Trainingslager in der Saison auf den Restart. Und dann werden wir Ende der Woche dann Richtung Meppen reisen und uns da fokussiert darauf vorbereiten auf diesen Kampf, der uns in Meppen dann erwarten wird. Erste Eindrücke konnte man ja schon am vergangenen Wochenende sammeln und dann jetzt auch nochmal am kommenden wird es Geisterspiele in der ersten und der zweiten Liga geben. Das sind ja auch Erfahrungswerte, die ihr gesehen habt. Wie beurteilt ihr als Kickers das auch in Hinsicht auf die dritte Liga? Ja, da haben wir natürlich ganz genau hingeschaut. Man hat, denke ich, gesehen, dass das Konzept auf jeden Fall greift, dass ein paar Anpassungen natürlich noch nötig sind. Aber im Großen und Ganzen ist es sehr reibungslos und sehr gut abgelaufen. Das muss man auch sagen. Natürlich ist es eine andere Atmosphäre und natürlich würden wir als Würzburger Kickers auch hier in der Flyalarm-Arena mit unseren Fans im Rücken spielen. Das ist klar. Es ist halt im Moment einfach die Lage so, dass man sich auf diese Gegebenheiten auch einstellen muss. Nicht nur in der Fußballbranche, auch in der Gastronomie, auch beim Friseur ist es einfach im Moment durch die Pandemie eine herausfordernde Situation für alle. Aber im Grunde hat man gesehen, dass das Konzept greift und von daher ist es gut, dass es aufgegangen ist. Und wir können mit diesen Erfahrungswerten auch noch mal ganz gut in unser erstes Heimspiel dann gehen und können es uns im Mappen ja auch noch mal anschauen.